Nax? Ja? Ach was, das war immer geil. Und vor allem diese übelste Legende hier. Haigun der Unreine, ach ne. Ne, ne, hier. Ähm, ihr dürft Ding nicht killen hier. Aber wie hieß die Katze? Mr. Bigglesworth. Genau, die Katze nicht killen. Und wenn jemand die Katze gekillt hat, ist er aus einem Raid rausgeflogen. Man muss dazu sagen, die Hintergrundstory hinter der Katze war, dass wenn man diese Katze tötete, dass es weniger Loot von den Bossen gab. Und das hat natürlich jede Sau geglaubt. Und es haben viele gemunkelt so, stimmt das jetzt wirklich oder ist das nur Schmarrn? Und dann war ich einmal oder mehrere Male dabei. Und dann hat wirklich einer dann mal die Katze getötet. Und dann ging es in einem Chat los. Was? Was machst du? Geht's eigentlich noch? Und dann war er draußen. Und es war dann schon so... Man hat sich ein bisschen ins Fäustchen gelacht. Also ich fand das ganz witzig. So einfach frei aus dem Kontext. Zack, nur ein Schlag auf die Katze. Zack, raus. Die Katze. Die Katze war ja nur Level 1. Also von daher hat wirklich nur ein Schlag gereicht. Es gibt ja Effekte von den einzelnen Klassen, die machen halt eben Flächenschaden. Wie in jedem Spiel. Und wenn man die dann aus Versehen dann getötet hat, ging es halt eben auch so. Aber egal was man gemacht hat. Man ist auch mal rausgeflogen. Aber war dann echt schon geil. Und da gab es halt eben einen Boss. Ein... Den wir alle nicht ab... Ja, genau. Das Movement. Sollten wir erklären. Einfach kann man sehr gut mit der Tastatur umgeben vom Laufen her. Also der war so abgetimt, dass immer mal wieder so ein paar Flächen aufgelöscht sind, sag ich jetzt mal. Wo halt eben so Lava, flüssige Lava rauskam. So komische grüne Lava. Und sobald man da drin stand, war man tot. Da mussten alle... Moment, Moment. Das war doch der, wo es auf seinem Podest stand. Genau. Ja, Alter. Das war nicht einfach so Lava. Das war ein Raum, der war in so einem Halbkreis oder Viertelkreis. Und dann hat das an einer Stelle angefangen. Und dann musstest du exakt diese Stellen ablaufen. Also es ist so, dass du nicht in diese Lava gehst. Und das ging dann vorwärts und das ging dann rückwärts. Und ja. Und ich kann mich noch... Ich war immer tot. Wie das halt eben damals auf dem Teamspeak waren. Und es ging so ab, wenn einer gestorben ist. Ich kann mich da an andere Sachen besser erinnern. Wie ich die einen zum Ausrasten habe. Ja genau. Da war es so, da waren drei Bosse. Waren doch drei Bosse, glaube ich. Und die waren so verschieden groß. Und man musste eben alle drei, glaube ich, gleichzeitig zum Fall bringen. Genau, der Rad der Eisernen in Ulduar. Könnt ihr mal in YouTube eingeben. Und wir sind da fünf oder sechs Mal verreckt. Ich hatte keine Lust mehr. Er hatte auch keine Lust mehr. Und das haben wir dann eben so, ja, einfach mal so im Teamspeak gesagt. Oh Gott. Dass wir keinen Bock mehr haben. Und da war eine dabei. Die war eigentlich... Die hat man nicht wirklich zum Ausrasten bringen können. Also da hat es schon einiges gebraucht. Aber auf jeden Fall, hier, er hat es geschafft. Und ja, man hat eigentlich, ich weiß jetzt gar nicht, hat es das Headset auf den Tisch geknallt. Und dann war erst mal eine halbe Stunde Ruhe. Und dann kam sie irgendwann wieder. Oh shit ey. Wo dann die anderen gemeint haben, Hut ab. Also sowas. Hat noch nie jemand hingekriegt. Ne, mich hat es aufgeregt, weil diese drei Bosse waren so abgetimt. Stirb der eine, kriegen die anderen beiden noch Zusatzfähigkeiten dazu. Stirbt der zweite, kriegt der letzte halt eben alle Fähigkeiten von den drei noch dazu. Ach ja, und man muss noch dazu sagen, ich habe immer gesagt, weil ich einen Hexenmeister gespielt habe, ich bin Damage Dealer, ist es egal, ob ich sterbe. Und da war... Und dann kam folgender Fall. Der letzte Gegner stand dran. Ein paar sterben. Am Ende waren wirklich nur noch ein Tank und ein Heiler übrig. Und dann steht dieser kleine Fuzzi dran, ein Boss. Und die versuchen halt noch alles hochzuhalten. Also der eine hat versucht, den anderen hochzuhalten in Tank. Und dann geht der Tank drauf und der Heiler und das Witzige war, der Boss war nur noch bei 1% und deshalb bin ich so abgegangen. Da habe ich dann wirklich im Text geschrieben, das kann doch nicht wahr sein. Seid ihr so dumm zum Scheißen. Das geht doch nicht. Und er hat mich da wirklich ausgelassen. Dann kam halt eben der besagte Ausraster. Ich glaube, das ist mittlerweile der Running Gag, wenn es um Ausraster geht bei uns. Das war auch schon nicht schön. Jedes Mal, wenn sie da auf dem Teamspeak ist und wir uns über MMOs unterhalten, dann geht's los. Weißt du noch? Damals? Da, wo wir in Ulduar waren und... Oh. Oh. Oh, die... Ey, die... Die Iniva oder der Raid, also die Instanz, fand ich aber... Finde ich bis heute noch richtig geil. Ich weiß nicht warum. Da gibt's nämlich so'n Boss, der ist richtig riesig. Und wenn er dann so anfängt mit so'ner Stimme zu sprechen, dann wird's halt komisch. Da gibt's auch ein Video hier, der Zelle, der des Körpers, wirst du glücklich. Also, ich... Ich find... Ich find einfach nur echt... Also, zeitweise macht das Spiel echt... Nur gute Leistungen. Also, es gibt auch manche Sachen, wo ich sag, nee, das hätten sie echt rauslassen können. Es gibt's aber in jedem Spiel. Aber hauptsächlich finde ich eigentlich, dass sie sich immer gut halten, immer irgendwie gut ausgleichen. Ich fände es damals so geil, wie ich meinen PC gekauft hab und der... Der Typ gemeint hat, ja, was willst du denn zocken? Und dann, ja, W.O.W. Und dann, ja, 40 Mann, Raids, alles gut. Alles klar. Sturmwind läuft auch ruckelfrei. Da hat man dann schon gemerkt, okay, der zockt nicht nur heute. Ja, damals war's eben noch so, 40 Mann, Raids, jetzt sind's nur... Boah, 25 ist höchstens. 40 ist dann noch Player vs. Player, also Battleground. Schlachtfeld, genau. Da sind's dann 40 gegen 40 und wenn dann damals diese 40 gegen 40 Instanzen waren, da hast du dann wirklich so pro Minute ein Bild gehabt. War wundervoll. Ja. Sobald jetzt hab ich zweimal Hinterhalt drin. Sehr gut. Ups. So. Und 10. Acht von 10. Noch zwei. Ja, ich hab hier nur einen. Ach komm schon. Ach. Ne, aber so richtig interessant wird's eigentlich erst, wenn man dann, äh, sag ich jetzt mal, Stufe 60 ist. Würde ich jetzt mal sagen. Ja, inis gehen und... Genau. Vor allem dann kommt man in eine ganz andere Welt, die ich damals sehr bewundert hab. Ich weiß nicht, wie's bei dir aussah, aber die Scherbenwelt, äh, das war die zweite, ähm, die erste, die erste Erweiterung von World of Warcraft Burning Crusade, ähm, das besagte. Das fand ich schon geil, weil... Oh ne, ich Idiot, oben auf dem Turm ist der Gefangene, den müssen wir noch holen. Weil, ähm, mal rauszukommen aus dieser normalen Welt, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, war schon nicht schlecht und da gab's dann die erste Erweiterung so, oah, man hatte Flugreittiere, man kam, man konnte jetzt durch die Luft fliegen, das war schon geil. Also, wie da das alle gefeiert haben, das war schon, war ne Hysterie eigentlich schon fast. Ja, was dann halt, wo sie sich so mehr oder weniger, sag ich jetzt mal, ein Griff ins Klo geleistet haben, war eben der Haustierkampf zum Beispiel, das, das, da haben dann schon einige gesagt, also, was ist jetzt los, wollen sie jetzt Pokémon machen, oder was? Äh, find ich jetzt auch nicht so, aber... Oh, gar... Ist so ein kleines Gimmick, wo ich sag, okay... Äh... Äh... Der Stufe 15. Äh... Börber... Äh... Musst man den jetzt kennen? Ja klar, mach dich halt unsichtbar, du Arsch! Ne, ich glaub, die reden nur so ein bisschen miteinander. Weiß ich gar nicht, ob die stirbt. Eigentlich wär's komisch, weil dann wird's nicht mehr zu der Story passen. Ja... Hätt ich jetzt stirbt, wird's keinen Sinn ergeben. Ach, ich wollte nämlich schon sagen. Sie verwandelt sich. Knallhart. Die gute Frau. Ja, okay. Gut. Müssen wir die hier abgeben? Ne. Ne. So, jetzt können wir uns auch wieder sichtbar machen. Es ist ja die Gefahr vorbei. Ach Gott, jetzt will ich wunderschringen, ey. Nein! Oh. Ich dachte jetzt, jetzt geh ich hier richtig drauf. So, dann können wir abgeben gehen. Genau. Richtig, Stufe haben wir grad. Stufe 6. Also, wie in jedem MMO, äh, eigentlich wären wir jetzt wahrscheinlich schon Stufe 10, aber, ja, so um der Dreh rum. Ähm, was macht ein Tauri hier? Ja, äh, ich muss auch dazu sagen, wenn ich, äh, zum Beispiel Nachtelf oder sowas spiele, spiele ich auch gerne, äh, oder reiß ich gerne von... Nach Stormwind. ...Darnassus nach Ding, ja. Darnassus. Ja, genau. Sturm-Inquest dich am gernsten. Wie gesagt, kenn ich auswendig. Aber ich muss schon sagen, jetzt, da ich wieder so, so sei ich jetzt mal spiele, hab ich, könnte ich jetzt gar nicht mehr aufhören. Also, ich weiß nicht, wie's dir da geht, aber... Ja, deshalb können wir ja nachher noch kurz ein bisschen was zeigen. Also, krass. Oh mein Gott, dein Bauer! Yo, lau... Ach, äh. Was hab ich da jetzt gegen den Kampf, gegen den Hugo? Ey, das ist ein Bauer. Ich hab da voll die Aufgaben hier, Quests abgeben. Ja, und ich nicht, oder wat? Ja, eh, du nicht. Also, was man noch sagen muss, man hat, äh, man kann in diesem Spiel hier, in diesem schönen Spiel, kann man auch Berufe erlernen. Ah, okay, ja, zum Beispiel Schmiedekunst, äh, Kräuter sammeln, Alchemie, äh, Lederverarbeitung, Kirschner, ähm... Man kann aber auch so Nebensachen erlernen, wie zum Beispiel Angeln, Kochkunst... Genau. Taste Hilfe, Schneiderer, Verzauberer, Juwelenschleifer... Und diese Berufe, je nachdem, also wenn ihr weiterkommt, bringen euch auch, äh, äh, Erfahrungspunkte. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel jetzt im Bergbau ein Erz abbaut, dann kriegt ihr dafür Erfahrungspunkte. Und es verschafft euch, äh, einen gewissen Vorteil, ähm, nämlich, ihr könnt davon sehr gut profitieren, wenn ihr in den Hören, äh, wenn ihr das dann auch gut, äh, weiterbildet. Äh, gibt es dann Gegenstände, die ihr euch selber herstellen könnt, die ihr euch auch, äh, als Ausrüstungsgegenstände sehr gut helfen. Also, ähm, ähm, wo kann ich denn jetzt hier abgeben? Ach, du bist... Ach, du bist... Oh, Mann, ey, du hatten noch... Ne, abgeben, ja, du hast ihn gerade eben schon angesprochen. Ich weiß nicht. Weißt du... Oh, jetzt sind sie ich wachen, ey. Finde ich ja auch Hammer. Hier haben manche 352 Leben und hier die Todeswache, äh, Svalon hat erst mal 3,5. Alter, jetzt... Was? Da will ich ja mal aktuell gegen dich. Ja, ist klar, ist klar. Weißt du, der hat nur Level Equip an. Ich hab extra mir gedacht, nö, ich bin mal ohne Level Equip. Pff, rutsch mir doch. Äh, nö. Du hast das bestimmt gleich bei mir, oder? Hau ab! Hat das gerade eben probiert? Ja. Gordyn! Wir hatten mal am... Lutschen. Biip! Wir brauchen... Düstekord? Ja, Düstekord. Düstekord. Ist das da? Ne, was denn das da? Ach, das ist das hier im Umkreis. ich hab gedacht direkt im wasser ja irgendwo hier muss es ja schon rumliegen boah geh mir nicht auf den nerf alter weil er die ganze Zeit ein Duell mit dir ja der redt mir hinterher ja jetzt, jetzt drehe da ab war doch der Emio boah fällst du hier ein düster Grat ey du bist wahrscheinlich im Wasser und wir laufen die ganze Zeit außen rum äh und das düster Grat ich geh jetzt mal, ich guck jetzt mal ja, ja, ist unter Wasser och nö ne och come on ja, wie auch in jedem anderen Spiel sind hier die Vollprofis am Werk die verstehen ja wir verstehen was vom Spiel nimm du das, das links da naja nein du, du, na ne, hau ab zieh ab ey erst ein Duell wollen und dann oh ne dann eben das düster Kraut, äh, Clown kraulen ja ehrlich mal oh, willst du mal mein düster Kraut kraulen? ohhh 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 iiiihihi jetzt ist die Fantasie der Zuschauer gefolgt, was stellt ihr euch unter düster Kraut kraulen vor? ohhh winke, winke ich hasse, ey ist es schon weißt du, der Typ, der klaut mir alles weg ja, jetzt müssen wir nach Brill Priel Priel nicht zu verwechseln mit den Nachbauer Brille ah, 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 ähm du, ich suche gerade noch einen düster Kraut, aber der Affe hat mir hier wirklich alles weggeklariert, ey, das ist weggeklariert, dass wir uns dann da sind um sich das Boste für Kräuterkunde boah Mann äh hier so während wir auf ihm hier auf ihn hier warten Schwimm 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 oh ja ich schwimm und schön hier schön mit uns ich bin mir jeden Fall ich schwimm gerade im Kreis und es kommt immer noch nix ne ja gut doch kann doch nicht wahr sein mann hier ist doch nix da ist da draußen irgendwie was ich schlafe du brauchst mir eindeutig zu lange oh Mann äh das kann man wahr sein ich bräuchte es sagt es wird besser aussehen ähm hier draußen ist äh nix komm da muss doch hier irgendwo muss doch noch was sein kann doch nicht sein kann doch nicht sein echt nix von was kriege ich ein Damage oh mein Gott ja man sollte halt auftauchen hier unten hat es echt nix ich brauch doch nur ein einziges düstertraut das kann doch nicht wahr sein ja und ich muss jetzt auf dich warten weil du es nicht gebacken kriegst das letzte ding auf zu sammeln Tobi hier hat's keins ja dann such doch wo anders ach guck mal da ist eins ansonsten muss ich halt ohne dich weitermachen alter wie geil ist das denn bitte ey ja das ist nämlich das problem wenn ich die quest oder ich habe jetzt die quest fertig gehabt ich konnte nicht sehen dass das jetzt noch düstertraut ist so können wir abgeben alles nur deine schuld wann lerne ich denn eigentlich das nächste mal was stufe 8 stufe 7 äh 8 ja entrinnen 8 entrinnen mein Gott das brauchst ja sowas von gar nicht und mit 10 tödliches gift und mit 12 kopfnuss boah schulke wird erst interessant so ab stufe 40 ich kann dir nicht sagen wann ein hexenmeister interessant wird weil bis 60 habe ich ihn ja nicht mal gespielt halt die knappe ey er wurde für mich gespielt nicht von einem chinesen du bist so ein Affe ey ja was ist du konntest ja level bei china farmen kaufen konntest ja power leveling kaufen ja dafür lohnt es sich 13 euro auszugeben ey jungen noch fatter ey jetzt kann man hier 10.000 quest annehmen ne ich glaube mein priester habe ich auch nicht wirklich selber gespielt weil ähm ähm hier der wurde glaube ich hoch gelevelt auch durch dieses wenn du ja zusammen spielst dann what the fuck bist du beteuert hast du auch grad gesehen alter der kommt da das ist ein neuer das Reitier hier auf jeden Fall cool roboton ähm ähm ja wenn du zusammen gelevelt hast also werbt ein freund gibt es eben und dann gibt es eben dieses bonus bei diesem werbt ein freund ähm dass ihr die dreifachen xp bekommt und eben auch noch äh dass derjenige der geworben wurde der kann einen charakter von euch hochleveln und dann stand ich in ein sturmwind in der hauptstadt und da war ziemlich viel los und äh mein kumpel hat eben gemeint äh oder ich habe ihn gefragt ob er jetzt meinen charcos hochleveln könnte mit dem mit diesen bonus dingens und ja er hat dann gemeint okay mach mal und da standen wir da und da hat er mich mal ungefähr 40 level hochgelevelt und dann ging es los alter wie hast du das gemacht tschüss so äh dann wurde ich eben von verschiedenen leuten angeflüstert bei der aktion stand ich sogar daneben war nicht schlecht wenn wir sie auf einmal ich weiß gar nicht was ja stufe 20 so ne ja und da hat sie halt eben immer noch die gleichen gegenstände an und auf einmal wumm wumm wuss 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 das ist er und das mond fest also da kann man dann auch immer wieder jörgten Begriffe an den beiden sind und erfolgen was und 270 EP oder so das ist nicht schlecht sonst etwas mehr und sie hat man ja ein bisschen besser bei ihm ist man nach unten statt n da kann man nicht glaubt hier kann es ja eine abgeben oder ich habe nur den greifen Meister ja genau ja genau bei der Annette Williams und da können wir gleich mal den zuschauern auch die unterstadt zeigen die hauptstadt ist nach unterstadt wieso bucht ein wieder maustritt zu unterstadt vertraut nie mit ran mit ran in der nähe befinden die gruppenmitglieder mit ja aber da muss ich direkt fliegen ich kann nicht irgendwie so so das ding nehmen ich kann nur so machen ja und da fliege ich jetzt direkt nach unterstadt nix irgendwie rundflug oder so genau so das sind die außenmauern von unterstadt wir nehmen aber den hintereingang so sind wir damals auch in den mit dem raid nach unterstadt rein das sind auch so so highlights gewesen wenn die horde oder die ali nachts um eins auf die idee gekommen ist wir könnten jetzt eigentlich mal ein raid zusammen stellen und die ganzen hauptstädte der feindlichen fraktion raiden wobei die horde erfolgreicher war als die ali und das war eben dieser eingang hier wo man dann nach unterstadt reingekommen ist also das ist der einfachere weg mit diesen worten würde ich sagen wir kommen in unterstadt ja und diesen schleim den ihr da unten seht das war jetzt zum beispiel so ein schleim wie bei dem typen nur hat er verdammt viel schaden gemacht ja das war glaubst du gar one hit ne ja ja ich hab genau das was ihr braucht oder two hit ich weiß gar nicht ich glaub gar ein fehler konnte ich dir erlauben so wollen müssen wir wieder ach jetzt müssen wir rüber feuerwerk gordon's kiste abgeben und wir kommen 160 erfahrungsgründe bucht ein wiedermals wird nach gegrüßt jetzt mal wieder zurück was verlangt ihr vom Tod KZM wuuu ja andere Frage sollen wir jetzt noch weiter leveln oder sollen wir noch ein bisschen die Gegend zeigen äh meine Gegenfrage warum bist du überhaupt schon Stufe 7 äh keine Ahnung ich hab diese Uhr an Quest abgegeben ach ok klar ähm ich weiß nicht das Leveln ist ja eigentlich vom Prinzip her klar ich würde an der Stelle nämlich dann umlenken zu den Gegenden zeigen ich weiß nicht wie du das händest ja ok gut dann machen wir das jetzt würd ich sagen dann sehen wir uns gleich wieder oder jipp also dann bis gleich tschüss KZM